Herzlich willkommen wieder zu Soma. Wir sind ein eiskalter Killer. Wir haben hier den armen, unschuldigen Roboter umgebracht. Der war vielleicht verwirrt, okay, aber der ist hier einfach nur umgeschwommen. Der war happy, wahrscheinlich, mit dem, was er gemacht hat. Ja. Ja, uns sind ja schon so ein paar Leute begegnet, die eigentlich glücklich waren und wir... Dass der sich immer noch uns... dass der uns immer noch mag. Oh, das ist wirklich wie so ein kleiner Hund. Wenn du dir was Böses tust, der Hund verschätzt einfach nicht. Oh, das ist wirklich so ein kleiner Hund. Ich bin auch ein Monster. Aber in diesem Fall, es hat sich zu sein. Er war... ...dehlt. Ich meine, er war delusional. Aber er war sehr ehrlich. Er war... ...present. Ja, ich bin sicher, dass es okay ist. Er war wirklich so anders aus uns? Er war nur in die Zache. Ich meine, wirklich in die Zache. Ich bin ein Robot. Haben wir das schon? Ich glaube, ich habe es nicht gesehen, seit ich auf Epsilon wacke. Ich stelle es immer anzuprobieren. Mein Gehirn will nicht, mich darüber zu denken. Es wird wirklich schwer, wenn ich darüber zu denken. Ja. Könntest du vielleicht den Wunsch da drücken, damit wir gehen können? Oh, sicher. Die hat irgendwas noch im Hinterkopf. Ey, das ist so eine Verlogene. Die hat noch irgendwas vor. Wett ich drum. Blöde. Müssen wir euch das Ding nehmen und... Kilometer weit wegschmeißen und meinen Weg alleine gehen, ey? Na dann. Achso. Halt die Schnauze einfach nur. Na, auch nicht passiert jetzt nichts mit... Acas oder so, ey. Ne, springen tue ich jetzt bisher auch nicht. Ich hab ein bisschen Schiss. Oh Gott. Ciao. Tschö, Blacky. Oh. Ne, das Ding schützt jetzt hier auch wieder ab, ne? Oh, das gefällt mir nicht, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh. Oh, oh. 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 Kleiner lecker. Oh. 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 Die hat sich dieses komisch. Die hat sich... Das ist komisch. Ich... ... grandes mindsetSmith simples ohne Sie. Ja. ...und we're no longer human. Aber dann, wie kann ich sein wie Simon? Wie kann ich sein wie irgendwas überhaupt? Ich meine, technisch, ich habe keine Ears, keine Mouth. Christ, das ist eine weirde Sache zu denken. Ich meine, ich mache Sounds. Ich sage immer Dinge. Du bist sicher. Okay. Ihr neue Körper wahrscheinlich hat Senses similar zu den du hast als Mensch. Und dein Geist, nur mit einem Weg zu verstehen, die Welt superimposiert diese Fähigkeit auf der neuen Fähigkeit. Also, mein Geist ist es aufzübricht, dass nichts anderes ist. Wenn es nicht, dann wäre es wahrscheinlich nicht möglich, zu interagieren mit dem ganzen Welt. Und die Stress würde dich entweder töten, oder machen dich verrückt. Also, ich habe ein guter Bedeutung zwischen Bewusstsein und Ignoranz. Das bedeutet, dass ich das nicht mehr so denken, oder? Are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind? Remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omni-Tool. As always, don't forget to take me with you. Cap, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something, an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside. See you soon. I don't like it. I don't like it. I don't trust her. Since the beginning, I don't trust her. She has something... Four. Oh, God. Yeah, then let's see. Okay, I'm going to see. He's all butchered by Structure Shrapnel. You're about searching the number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Stratzky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kumaraebi and the others? This is all we got. Uh-oh. I guess it's still a delta. Yeah, I can't do this on my own. Ground to the other side. Stratzky, ready or not? We're coming in. Alright. See you soon. Okay, also hier ist... Wir werden hier auf jeden Fall den Stratzky schon mal treffen. Aber noch kein Wort von... Von dem... Wie heißt der nochmal? Anchors. Ist irgendwas über uns? Ja, Fische. Hier ist auch nochmal sowas. Okay. Is this thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strum. Listen up. All members of staff. The other project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand. Sorry. And how his continuity suddenly made sense to kill yourself. But the fucking love of God or whatever you think is important. Don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Das ist eine sehr nette Rede. Gut? Beautiful, Sir. Alright, everyone. The show's over. Get back to work. Am I already here? Did Catherine have been? Hello. Oh. I got scanned. Like the others. And then I killed myself. What? I think so. I can't remember that part. How does that work? Did Dying get you into the Ark? Wow. You're definitely not from Theta. Let me get to Omicron. I wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. Okay. When you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your coffee to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you died before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Okay. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon, so I can apologize. She always got into trouble with Strollmeyer when someone killed himself. I think she's okay with it. Where is it? Where is it? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see any. Robin. I'm not sure how to say this. What? This... This is... Yeah? 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 Pretty amazing, right? I mean... Oh, God. It's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. What's for a bullshit? See you later. Will do. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. But... But, The hat uns voll verarscht. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Nimm das Omnitool, haue da einen dicken, fetten Stein drauf. Das wäre das Richtige jetzt. Leute scannen und... Warum darf der andere da nicht weiterleben? Das ist doch total... Toller Schwachsinn. Okay, zu. Das ist der Zeppelin von eben. Ob wir noch irgendwas finden, was wichtig ist. Äh, das ist nix. Der Arme Robin, der tut mir voll leid. Der wird da jetzt, ist der ganz schrummert, einfach nur liegen. Schauer und tot könnte ich mir schon fast gar nicht vorstellen. Da ganz alleine, einfach irgendwo in der Wildnis zu hocken. Und zu hoffen, dass irgendwas Bestimmtes jetzt mit einem passiert oder auch nicht. Okay. Da haben wir wieder was gründen. Schön. Schauer und tot. Wer ist da? Wer ist das? Catherine? Ich bin beschäftigt, arbeiten. Oh, ich wollte nur sagen, danke dir. Für was du getan hast. Nichts worry about it. Aber du solltest dich für dich selbst stehen. Ich meine, Strohmeier hat nicht so eine Art Anwalt. Du kannst nur sagen, dass du ihn selbst schrauben kannst. Oh, ich bin einfach nicht. Ich bin nicht so eine Art Person. Ich habe nicht so eine Art Person. Ich habe nicht so eine Art Person, die dich für dich all die Zeit kämpfen. Du bist eine brillante Person, Kalf. Du bist so smart, das macht mein Kopf spinnen. Aber manchmal bist du einfach von dir selbst. Es ist plötzlich wie zu einem 5-Jährigen zu sprechen. Es ist einfach schwer. Ich kann nur mehr so sein. Ich kann nur mehr so sein. Ich kann nur so sein. Jeder weiß, dass ich mich schrauben. Es ist nicht zu lange, um die Leute zu gewinnen. Strassky magst du. Ich magst du. Reed magst du. Strassky magst du. Ich magst du. Ja, das stimmt. Warte, du denkst du, Reed magst mich? Catherine, viele Leute magst du. Du musst nur ein bisschen öffnen. Sei mehr anrufbar. Kann ich jetzt zurück zu arbeiten? Ich würde lieber nicht zweimal in einem Tag reprimandiert werden. Okay, ich sehe dich wieder in 5. Auf Wiedersehen. Okay, also die ist auf jeden Fall mit in der Sache involviert. So, ich würde die jetzt am liebsten irgendwo einsteckern und die nochmal ausprügeln. Okay. So, hier müssen wir wahrscheinlich rein. Ja, wir sind auf jeden Fall autorisiert. weiter jetzt jetzt vielleicht noch mal okay und weiß ja nie muss er endlich hoch springt das war nur die erste tür oh gott ist das dunkel ich denke ich doch nicht rein oh gott das gefällt mir nicht muss man taschenlampe hin oh toll mein taschenlampe funktioniert nicht mehr oh 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 boah ist das laut leck freundlich was aber hinter dieser tür jetzt passiert sehen wir natürlich erst wieder in der nächsten folge bis dahin bye bye oh 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 Musik 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 Musik